Und er schafft es! Er schafft es! Er schafft es! Ja, um solche Freude zu teilen, hab ich mal hier einen netten Kommentar geschrieben, jeder kann euch jetzt durchlesen können. Nämlich habe ich geschrieben, hat jemand von euch Skype oder TeamSpeak 3? Weil dann könnten wir ja als allerletzten Part so einen Community-Part daraus machen. Also beim Streamen. Dann jeder kann nichts machen. Skype-Name dann hier drauf antworten. Also könnt ihr jetzt auf diesen Kommentar oder auf dieses Video euren Skype-Namen oder TeamSpeak 3 also euren Discord in die... Da wollte ich jetzt nicht hin. in die Kommentare schreiben. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das macht. Und ja, wer das Video hier noch gesehen hat, der kann es sich jetzt angucken, rechts oben in der Info-Card. Bitte schreibt euren Skype-Namen. Es können maximal vier Leute mitmachen oder fünf damit wir ein schönes schönes Projektende haben von meinem ersten Let's Play. Und ja. Danke ich euch fürs Zuschauen, für eure Mühe, für euren Support. Guckt bei diesem geilen Video vorbei. Wenn es euch zu lang ist, hier ist nochmal die komplette Zusammenfassung für diese Folge, wo alle Minuten Anzahl sind. Wo ich mal wieder anpinnen sollte. Ciao.